Die sind schon wieder hier, der liegt schon da. Das ist nicht okay, das muss jetzt stoppen. Es sind fünf leute in office schräg schwisch admin. Also um meine runde zu beschreiben. Meckert und wollte Brottschein raus holen. Ich habe gemütlich Salzstangen gegessen. Salzstangenesser. Mein Bruder hat's gegessen. Ich hatte auch meinen Bruder. Mitkomm du Kanalie, wir haben ein schönes Plätzchen für Leute wie dich. Salzstangenesser. Was? Warst du doch genauso? Oh, natürlich. Alle sind schuld, nur nicht du selbst. Das ist so typisch für dich. Ich werde ganz an die Ecke ran. Ja. Ja. Wir haben einfach alle keine Partyhüte aufhaben außer Erik. Wir haben einfach alle keine Partyhüte auf dem Podcast. Das ist so cool. 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 Dankeschön, Dankeschön. Raus. Raus. Ihr werdet verlieren. Raus. So, Ruhr, kurze Frage. Was hat er gerade so lange gedauert beim Handauflegen? Wo? Was hat er gerade so lange gedauert beim Handauflegen? Beim Handauflegen? Abschluss. Ja, das ist ein Schickpaar. Oh, muss der andere jetzt raus haben. Ja, ich war ernst, du schaust. Ist ja geil. Perfekt. Aha. Boah, ich bin ein Beast. Ja. Boah. Boah. Was sucht denn jetzt die Ash, Alter? Ja, Pugermis. Jinkz. Okay. Oh, sorry. Ja. Der Wolf, der Fotograf, der Scribble-Profi. Es geht schon wieder gut los. Einfach die Plächer mit vier Buchstaben. Ja, ich bin sprachlos. Ich bin sprachlos. Was ist das? Was ist denn das jetzt? Alter, gegen welchen Wolkenkratzer ist denn das Vieh geflogen? Ist das denn eine Monobraue, oder? Ja, wow! Ich habe eine Vermutung, was es ist. Lebt es in Afrika? Bestimmt, so sieht es aus. Der Arsch ist vielleicht ein bisschen zu extrem. Ah, das haben wir schon mal gesehen. Ein Tick-Tick? Alter, Dick, ich bin super rad, du Penner! Es sieht so aus, Bro, was kann ich dafür? Das heißt Tick-Tick. Das Ding heißt eigentlich Tick-Tick, ich habe es gesehen in Afrika. Was ist das denn? Ist das ein Polo-Dreh? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Das ist wirklich ein Problem. Also es ist obvious, was es sein soll, aber... Wirklich? Ich habe keine Ahnung. Nein, nein, also was er malt, das weiß ich... Ich habe da hingepisst, oder was ist das? Studio... Alles klar, doch, ne. Da habe ich keinen Respekt für. Das ist das Gelb, hat dich da hingepisst, oder? Sto-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o. Ah, das Ding hat Eier? Hast du... Hast du... Wichtig! Warum... Warum ist das da... Oh mein Gott, jetzt verstehe ich's. Jetzt habe ich's gewagt. Ähm, du weißt aber, dass der Bulle in halt kastrierter Stier ist. Also die Eier ein bisschen weg. Und was ist denn das da hinten? Ist das die Eier-Seite oder das hinten? Ja. Vor allem sollte... Ich dachte, das sind Ohren und nicht hören. Holy shit, dude. Kannst du mir erklären, was DAS mein Tippel mit dem Bulle zu tun hat? Was? Du suchst leise, was? Nicht in der Peter Bulle, was du gemacht hast. Ja, er kommt, er kommt. Er steht jetzt hier. Er kommt durch. Äh, durch. Ich hab noch mal gesehen. Erst mal Exit quasi weiter hinter diesem Container da, der dort steht, ne? Ah, zweimal, dreimal... Zwei oder dreimal getroffen, Alter. Er lächуры. Es ist jetzt sicher woher was ein Packer. Ja... Ich bin rechtrar, das wird er cama happens. Ja... Ich bin leichter, das verschiedene Stimme zu ver problemaht. E reduced탈. Wenn hätte man das zerstört P Psych als gesagt. Hä? Was war das? Ich bin gespät? Weißt du das mal kurz schnippen oder so? Die Kurs der Kräuter ist wirklich schwierig. Aber wieder zu spät? Die Kurs der Kräuter ist ein Kurs, aber ich soll sensitive, was wir! Wir brauchen sehr einige Personen Сейчас. Wir brauchen die Kurs der Kräuter wieder in Wurz, Wo wir uns von ihnen, Wir brauchen die Kurs der Kräuterанный開pekt, oder? Wir brauchen die Kurs der Kräuteran. Wir brauchen die Kurs der Kräuterans. Wir brauchen die Kurs der Kräuteran. Untertitelung des ZDF, 2020